Die Biosimilars werden sicher zu einer Kostenreduktion im Gesundheitswesen beitragen, das haben wir schon jetzt gesehen. Biosimilars sind in Deutschland angekommen. Allein im Jahr 2018 hat sich der Anteil von Biosimilars an der Versorgung verdoppelt. Es gibt immer mehr Unternehmen und immer mehr Wettbewerb. Das führt zu Einsparungen, die wichtig für die Patienten sind und für das Gesundheitswesen. In unserer Klinik haben wir sehr viele große Studien. In allen Fällen konnte ich feststellen, dass das Biosimilar genauso sicher, genauso wirksam war wie das Originalpräparat. Bei Biogen haben wir eine Herstellung von über 40 Jahren Biotechnologie. Und durch diesen Prozess und unser Verständnis können wir unsere eigene Marke von Biosimilars, die Biosimilar sind als der Innovator. Mit unseren Biosimilars schaffen wir finanzielle Freiräume für Arzneimittelinnovationen heute und morgen. Wenn wir schauen, bei Biosimilars sind, gibt es die Möglichkeit, für die Forschung zu entwickeln, und es ist ein Tor-Operner, wenn Sie zu sprechen und sprechen mit den Gesundheitswesen über wie sie sich organisieren für die Zukunft.